Narben haben also einen Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und das betrifft uns alle. Gibt es hier in einem Raum jemanden, der keine Narbe hat? Bitte einfach mal die Hand heben. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, weil jeder von uns hat eine Narbe, an die wir gar nicht denken, das ist nämlich unser Bauchnabel. Als wir damals geboren worden sind, waren wir noch mit Mutter verbunden über den Bauchnabel, der wurde dann durchtrennt und abgebunden und irgendwann ist er dann abgefallen, aber zurückgeblieben ist eben halt die erste Narbe, die wir haben, die sich dann, weil wir dann gewachsen sind, auch langsam eingezogen hat. Ganz viele Menschen haben einen schmerzhaften Bauchnabel. Sie können sich das vorstellen wie so einen Knoten, den Sie hier in der Mitte haben und wenn dieser Knoten eben halt schmerzhaft ist oder nicht genau in der Mitte ist, dann zieht mich der Knoten langsam schräg, je größer ich werde und je mehr ich aufwachse. Das gleiche ich dann damit aus, dass ich dann irgendwann wieder andersrum gehe und das kann dann zu der sogenannten idiopathischen Skoliose führen. Idiopathische Skoliose ist also eine Wirbelsäulenverkrümmung, idiopathisch wird das genannt. Das heißt eigentlich kein Schwein weiß, woher es kommt. In der Medizin macht man sowas ganz häufig, dass man Dingen eben halt einen Namen gibt, ein Synonym für idiopathisch wäre essentiell. Auch ein sehr schönes Wort. Kennen wir alle aus dem Biologieunterricht. Essentielle Aminosäuren, die waren lebensnotwendig, die brauchen wir, um zu existieren. In der Medizin wird es genau andersrum gemacht. Da wird auf einmal der Bluthochdruck, essentieller Bluthochdruck genannt. Gemeint ist, wir wissen nicht wirklich, warum der Blutdruck da ist. Wir haben ihn gesehen, deswegen nennen wir ihn essentiell. Aber ich habe ein Medikament für dich.